Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Heute geht es um den Austausch von Steuergeräten an automatisierten Schaltgetrieben. Hier gibt es einige Dinge zu beachten. Welche das sind, das zeige ich euch nach dem Intro. Vorab das Wichtigste. Der Austausch eines Getriebe-Steuergerätes ist keine Plug-and-Play-Lösung. Ihr kennt das bestimmt auch vom Austausch anderer systemrelevanter Steuergeräte. Es müssen Daten gespeichert, Daten übertragen bzw. auch später Updates gefahren werden können. Hierzu braucht die Werkstatt gewisse Voraussetzungen. Ihr benötigt eine Internetverbindung mit mindestens 100 Megabits pro Sekunde, ein LAN-Kabel zur Datenübertragung, ein Diagnosetester mit Herstellerzugang, das nennt man auch Pass-Through nach EU5-Verordnung, und ein Batterieladungserhaltungsgerät, das ihr zu Beginn des Vorgangs an den Ladepunkten des Fahrzeugs anschließen müsst. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, könnt ihr das Diagnosegerät am Fahrzeug anschließen, den Menüpunkt Getriebe-Steuergerät tauschen, auswählen und den Anweisungen im Diagnosegerät folgen. Am Ende wird euch angezeigt, ob die Datenübertragung erfolgreich war. Das Fahrzeug ist dann wieder fahrbereit. Der Ablauf kann je nach Fahrzeug- oder Diagnosegerätehersteller abweichen. Deshalb ist dies hier nur ein Beispiel. Die hier erwähnte Methode solltet ihr bevorzugt verwenden. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die vielleicht besser zu eurem Fahrzeug oder zu eurem Getriebe passen. Hier werdet ihr im Internet fündig. Beim Einbau des Getriebe-Steuergerätes, auch TCU genannt, TCU steht für Transmission Control Unit, müsst ihr darauf achten, dass ihr statisch entladen seid. Ihr dürft auf keinen Fall die Kontakte direkt mit den Fingern berühren. Das kann zum Schaden des Getriebe-Steuergeräts führen. Das war's aus dem RepExpert Training Center. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.